Jede Randgruppe verdient es verarscht zu werden, heute mal wieder Frauen. Wann und warum bringen Frauen ihre Matratze mit zum Vorstellungsgespräch? Immer wenn es heißt, bitte Unterlagen mitbringen. Was unterscheidet ein Teller Suppe von einer Vagina? Den Teller kann man trocken lecken. Was haben Schrotflinten und Frauen gemeinsam? Erst knickt man sie nach vorne und dann legt man sie von hinten. Wann nimmt ein Mann seine Frau Huckepack? Immer wenn sie darum bittet, den Müll mit rauszunehmen. Und zum Schluss, welche vier Flüsse kennt jede Frau? Rein in mein Po.